Hallo, wenn du den Level von Video 1 erreicht hast, kannst du hier den Teddybär lernen. Darin kommt vor Prom, Prom, Prom. Blase mit T in die Flöte, dann Prom, Prom, Prom. Prima, du merkst schon, da geht's genau in die andere Richtung. Blase mit T auf der Flöte. Wenn das klappt, dann kannst du das Lied angehen. Viel Spaß! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018